Wollt's kommen oder nicht? Na gut, dann holen wir uns hier mal. Lucky Roulette. Wrecker. Bronx. Wrecker. Wrecker. Glaube ich. Ah, Silver. Ich wusste es doch, dass da nichts Neues kam. Gut. Mr. WWE Sportler. 99. Wrecker. 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 Silver. Silver. Wrecker. Jetzt müsste eigentlich mal Gold kommen oder nicht? Ich grüße meine Großmutter. Ich grüße meinen Nachbarn, Otto. Bro. Hör endlich mit dem Rauchen auf, Mann. Holy shit. Holy shit. Holy fucking shit. Niemals ist das gar nicht passiert. Und dann doch so früh. Das war der zweite Charakter. So früh. Holy shit. Die Frage ist, back to back. Back to back. Ich muss sie uns denn ausgeben, nicht, dass die mich bannen oder mich wegen Abuse vom Event ausschließen. Wir sind noch da. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es aussieht, wenn man sie bekommt. Das war nämlich eine Frage, die ich tatsächlich noch hatte. Aber jetzt wissen wir es. Wieso hatte der nur 10? Weird. Weird. Gut. Ach, Battle Pass gibt es ja auch noch. Oh, wurde ich anscheinend in Sint gebannt. Nice. Hallo? Damn, die sind ja schneller als ich dachte. Die sind schneller als ich dachte. Mit dem Bannen. Cracker. Bronze. Silver. Cracker. Bronze. Cracker. Bronze. Silver. Ups. Uff, der Charter auch das gleiche. Oh ne, hat er nicht. Das war nur verzögert. Nochmal 90. Cracker. 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 Bronze. Bronze. Ich hätte 0 Gold bekommen. Noch keinmal Gold bekommen. Cracker. Cracker. Silver. Wie sollen alle meine Charakterverbindungen zum Server unterbrochen? Der gönnt mir irgendjemand nicht. Nochmal 90. Cracker. Gold. Gold. Cracker. Gold. Gold. Ich habe dreimal Gold hintereinander. Ich bin der Weltrekordhalter im dreimal Gold hintereinander. Holy shit. Damn, what the fuck happened, man? Nochmal 99. Silver. Cracker. Cracker. Bronze. Gold. Cracker. Cracker. Silver. Silver. Der hat nicht Verbindungen zum Server unterbrochen. Wahrscheinlich hat das doch. Und das wird noch nicht angezeigt. Oh, der hat 100. 105 Coins. Damn. Gold. Cracker. Sehen wir gleich. Cracker. Cracker. Silver. Silver. Bronze. Cracker. 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 Ja gut, das war's. Damn. Wilde Sache. 5000 F-Coin. Damn. Was soll ich mir kaufen? das war's. Ja gut, ich frage die sich nicht so,